Auf dem Automobilsalon in Genf standen natürlich unzählige Exoten, allen voran der 1500 PS Bugatti Giro, dicht gefolgt von Kalibern wie Lamborghini, Königsegg, Arash und Senvo. Natürlich war auch Alfa mit der Giulia vor Ort und zwar mit den weltlichen Vernunftversionen. Unser Eindruck, hübsch gemacht, kommt im Juni nach Österreich, dann sehen wir mal weiter. Bei dem Riesenangebot an Design und Neuheiten fragt man sich natürlich, was macht einen Automobil-Hit eigentlich aus? Heutzutage, man muss unbedingt die Leute verführen, sonst kommen die nicht einmal rein im Händlergeschäft. Also als Designer sind wir natürlich verantwortlich für alles, was visuell ist, also wir müssen unbedingt dabei sein, die Leute zu verführen.